und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren folge von the forest ohne scheiß ich musste jetzt für youtube also was youtube videos genommen aufgenommen 700 gigabyte gelöscht das ist das heftigste sich drauf gelassen aber normalerweise lösche ich immer was schon heftig was ich für youtube alles aufgenommen allein denks allein in der forest habe ich über 70 oder 60 spielstunden dabei habe ich gesehen in der richtung total und das habe ich alles mit youtube aufgenommen ich habe das machen leuten mit youtube direkt aufgenommen das schon brutal ist schon heftig und mir gefällt es auch ehrlich gesagt das spiel kurz also irgendwie jetzt hat er das wieder hergestellt doch deine mutter alter echt die schnauze voll die ganze zeit löscht es echt unglaublich behindert der ich glaube das löschen soll das auch gefälligst gelöscht sein meine fresse das virus endete scheiße echt unglaublich mein x-taste geht nicht und das stimmt da nicht das geht jetzt mal okay das ist und x bestätigen ja hier war das und x gerne ja jetzt geht's geht doch auch der gehalte wieder um in die baggasse mir gefällt die weiß wirklich jetzt hier auch also mir gefällt sie brutal ach schau wenn ich jetzt im menü bin geht's nicht was ist das das eine noch das andere sich verarschen ich starte das spiel neu so jetzt geht's ja so behindert echt und hängt das immer und warum hat er wieder was hergestellt was ich nicht wollte da kann ich echt gleich mal diesen trotteln von trotteln schreiben der kann in diesen wer ist das der ist auch schon für elf es ist noch mal da service digger sollen das herausnehmen meine fresse digger ist das ein krampf dann komm auch schon vielleicht brauchen wir darauf noch ein höher möglichkeiten habe ich ja das hölle ist denn das ding da also mal nicht zu sehen naja da kommen mich gespawnt da sind aber auch schon aussieht gerade rad haben also es bleibt auch nicht mehr richtig ja zittert das ja mein einmal wackelt das hier oben das wackelt doch vielleicht brauche ich von hier und noch mich darunter genau darunter so digger ich habe m gedrückt ich müsste so sehe ich habe von 9 bis 1 gepennt und dreh glaube ich 21 22 so bis 1 habe ich gepennt und jetzt nehme ich wieder was auf was machen die da trollen die da hinten rum oder was krass und dann muss die da unten gemacht haben die fügel machen also ich würde auf jeden fall darum nimmt das dach irgendwas durch dein labyrinth oder so und lockt da mich hier hoch habe ich nachher in der base dran aber irgendwas hier bauen wir nicht schlecht vielleicht hier so großen touren schaut euch mal den himmel an digger geht das noch innen oder was das ist regentiger die haben echt wolken gemacht die haben da echt wolken gemacht das sehe ich ja selbst die haben da echt wolken gemacht also für regen mäßig aber seht ihr das sieht so aus als würde es nach innen gehen so viele alter 8 und los geht's was schon echt krass das da offen ist eigentlich ich würde sagen wir machen das so ich halte das video jetzt genau hier an der kanter und werde jetzt die ganzen dinge die ihr da seht alle bauen ist aber bestimmt ziemlich gut und das wäre ja quasi unnötig bis hin das video zu schneiden und ich habe keinen bock das video auszuschneiden und dann wieder reinzuschneiden das ist mir zu viel arbeit das sind 5-6 schnitte die ich da machen muss dafür dass ich diesen raus cutten muss und so und dann muss ich gucken dass es wieder 20 minuten lang ist und so dann ich bin eher nervt ja ich würde sagen ich baue die ganzen dinge hier auf hier oben und hier oben und hier oben werden wir dann schauen bis gleich so dann wäre das jetzt hier das letzte so damit haben wir jetzt hier unten alles lichter voll gemacht ich habe es gesagt aber was war das jetzt hier naja Matsch cool wie sieht das munten sieht doch immer aus ja die stellen vielleicht ein bisschen dunkel aber Matsch jetzt auch gehen halt nicht ja schon dunkel hier unten warte mal wir sehen nicht mehr das ende jetzt hier jetzt reicht ja so gar nicht ja das ist so dunkel hier unten stellen wir noch einen hier auf warte mal das ist doch schön wenn wir ein bisschen licht ins dunkel bringen da da mal ein bisschen licht ist hier nicht eingangs da darf ich nichts machen ok ah schon sehr dunkel boah digga der baum digga kann ich hier den baum mal stellen und ich auf den baum mal stellen cool ich würde es auf den baum stellen auf den baum auf den baum cool damit leuchtet jetzt der baum auch hier vorne ist nix mehr außer ausgang kein ausgang hier ist auch nix mehr wirklich nix mehr oder oder doch ne hier ist da nix weißt du was wir machen hier noch einen hin da kann nicht schaden und hier im kante auch noch es sind mords dunkel hier unten digga so zappenduster weißt du was ich mein weeeeeeee was haben wir denn noch Stöcke wo sind die die Stöcke eigentlich die Stöcke sind das alles alleine mit Stöcken mitgebracht ah hier da die Stöcke ja gut um mhm wir sind nicht von das video angehalten das bedeutet fünf minuten plus jetzt haben wir 9 minuten von dem video das heißt noch zehn minuten ttt ddd ddd dddd dddd Du 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 Da, da, da. ich werde ganz gerne die ganze wand freil machen davon wenn ich da sein wo ist denn mein heiß geliebter wasserwagen was in den leichen ne hilfe ich bin schon tot leuchten tut er ja ich weiß nicht ich weiß nicht 셋 Out tut 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 das feierchen und gill das ist super gill wie kann es die pflanzen hier das sollte ich aber gar nicht die ganze sieht aus wie kuh ist die gewirft hatte es als gegenstand wird auf jeden fall wahrgenommen da sind ganz viele haie bleibt hier 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 Ah ja. Scheiße, die sind dahinter. Genau, deswegen auch. Ah ja, dann weiß ich nicht. Ah, hier, was? Alter. Das ist doch ein Stamm. Was ist hier? Hm. Hier. Hier. Um... Oh ja. Schleif man auch. Ja! Play the guitar. Oh, das wird wiederholen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Yaaay. Hmmm. ja ja das zeichen eigentlich habe ich nie verstanden ja bin ich auch voll der meinung ja die 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 hallo 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 Das ist auch enorm, Neumanns. He-he-he-he-he... He-he-he-he-he... He-he... He-he... Ahhh... Nur dass ihr Bescheid wisst... Ah, ich werde jetzt... Stayz-Gone anfangen... das heißt bei mir auf meinem kanal wird es jetzt und dies ich werde auch schon ganz so müde die kabel von dem computer stehen zwar jetzt eigentlich muss ich ganz kabel richtig setzen das ist ja so dass und trägt egal dass so ein scheiß naja jedenfalls muss ich das noch mal alles machen so ein schmutz das zwei davor schon besser und da war schon schuld so die dddd 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 ja schluch sehr gut aus oder nichts oder krasse jemand damit zitieren was die denn keine ahnung ist aber erstaunlich ruhig was wollen die davon das nächste punkt den ich bauen werde ist in einem da 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 dadada, dadada, dadada... Dee 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 dee! Oip! Oh, hey! Hey! Und uns noch eine... ...eine Haiduchi. Weeeee! Also die vorderen von mir, jetzt sehen besser aus. Ich brauche aber ganz schön viel Energie. Ich habe gehört, heute gehen wir auf Tischtennisjagd. Das kann ich machen. Geschwindigkeitssoffer, Schadenssoffer, Schadenssoffer. Zweier. Was haben wir denn eigentlich an Geschwindigkeit? Schaden haben wir mir hin. Geschwindigkeit ist hoch, blockieren ist hoch. Haben wir Geschwindigkeiten 10. Also, er braucht Federn. Er braucht Federn. Jaaaa... ... 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